Na? Na? Ich war jetzt unvorbereitet drauf. Ich war unvorbereitet. Hallo Leute, na? Schön wieder in League of Legends, ne? Schön wieder drin. Kein Bock mehr, ey! Ich hab kein Bock mehr auf das Spiel! Das ist aber Jans Spruch. Deswegen, ne? Jans spielt aber nicht lol. Eben, genau. Reason one started playing cause... Nee. Doch, natürlich. Nee, aus Prinzip einfach nicht. Warum aus Prinzip? Was ist das für ein Prinzip, von dem du erzählst? Ein Time-Wasting für mich. Das ist kein Time-Wasting. Weil? Du spielst gegen Timo, du kommst mit deinem einen Pot nicht lange hin. Ich bin nicht Timo als Support, du. Was? Naja, Echo ist Top-Link, er dreht er mit Land. Ja, selbst gegen Echo brauchst du mehr als einen Pot. Ah, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Schöner Flash von Ash. Gib dir mal, ja. Und schöner Hook. Ja. Läuft bei den. So. Oh. Ich mag Kiyasuo wieder am Anfang des Spiels. Komm, die kümmern uns mal gegen mich, Alter. Let's game over, ey. Ja, stimmt. Ich glaub die sind geil auf dich. Die wohnen dich alle töten, ey. So, dann denk du mal hier. Die Bäuse. Krass. Ja, ne, ne, ne. Kein Schaden bekommen. Oh Gott. Gut Job. Ah, du weißt doch. Du musst deinen Spell mal aufheben dafür. Hab ich ja gemacht. Wird ja gereicht. Mein Spell. Ja, dann bin ich grad. Ich hake dich kaputt. Blöden Racken. Beide Level 2, ne. Oh, jetzt pusht der da oben. Geil. Geil, ey. Ich krieg den richtig Harten. Richtig Harten? Oh, der ist so hart gerade, ey. So. Ich muss Kinnwirt hier auf jeden Fall mal das Ding in die hinein. Alter, hat's nicht. Alter, man. Mann, Alter, bleib mal ganz entspannt hier mit deinem Leben. Boah, Alter, wow. Hab ich sicher? Ach, Mann. Das ist so bescheuert, dass die Leute denen immer helfen. Oh, ich hab gar nichts. Nice. Sehr, sehr nice. Und wie läuft's so? Geht gut aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Beobachten wir mal Malons Place. Los. Mach da eh gut. Ja, ne. Das ist natürlich hart. Oh. Oh. Oh, jetzt wissen müssen, ey. Die kündet. Ach, scheiße. Die krieg ich ja sogar. Hat die sogar ihren Stack bekommen. Das ist nicht so schön, alles. Das ist nicht so schön, alles. Das ist nicht so schön, alles. Ich bin ganz entspannt da unten. Oh, Mann, ey. Oh, Alter. Alter, Mann, will die mich verarschen, oder was? Jetzt macht die mich auch noch, oder was? Fuck. Ich bin tot. Ja. Oh, Gott, Mann. Cossameen. Ja, die Snacks, äh, der Snacks sich die ganze Zeit die Kill sich dann. Boah, Junge, der geht mir so auf den Sack mit der Kindle, ne? jedes maß meintest du mir das ding noch weg keiner mag dich echo hat es feiert boah der flash so so den haben wir schon mal safe ich suche nur noch den stärksten mal, welches team sind wir eigentlich? wir sind violett echt schön, ob er können wird ich schieße sie wieder echt? nein, er spielt so passiv gerade er hat ja auch nicht mehr viel leben, ne? vorbei aaaaaaah schreiße die hat das überlebt, die Kindle oh lol haha fuck ich kann mal machen oh, alter, ich könnte mir dränger machen, das ist aber auch nicht so schön oh, drei leute in mitte hier rein hier rein? ok nicht oh, alter what the fuck ich hab mich, äh, kurz, hab ich unentschieden alter alter weil ihr doch ein bisschen zu viel leben, alter hatten wir immer noch hin, was machen die da, ey? mal den tor gut finde ich, finde ich gut so gut saß, ne? alter, team, oder? alter, was macht der schon wieder für den schaden, der junge? alter alter, yo das game läuft richtig geil das game läuft richtig gut das game läuft richtig gut nicht hier aus dem game raus, äh finden die ihre fährte nein nein mal hoch mit ulti stop wenn ich wüsste, ob das rote jetzt unseres ist, ist das blaue deren ich weiß noch nicht genau, wie das verkündet ist rote ist deren sicher? ja, ja, weil wir blaues team sind diesen rotes team ok oh, alter boah, nee, man alter, der schaden von dem champion ist noch nicht mehr normal ich kann sie gar nicht daran hindern, diese dinger zu machen ist das schlimme daran finde das top lane, ne? das ist schön also die hat gerade mich da weggepresured von dem von der crap genau, so hieß das ding und sie ist bot lane ok weil sie will das blaue auch machen ne, sie macht mal ein blub ausgeladen der flitzquenk der flitzquenk doch toll boah ok, ich komm wieder ins game rein scheiße, alter die ulti hat er richtig rein, ey da darfst du nicht drin stehen der hat mir 580 gemacht ja die f*** deine hart die flitzquenk ist das was möchte der blitzquenk mir sagen auch mal nehmen welche so gekämpft von der alten scheiße war was los schöne schöner tor da waren voll viele leute hasse menschen menschen sind nicht schön wir haben boah zum drücken weil wir voll treu haben kimosupport ne alter das ist richtig aids und cancer und alles das hat auf jeden fall richtig hat reingeballer kommt eine karte oder doch doch ich glaube ich kann da geführt ist ja ist leute schafft es also blau ist deren nein blau ist unseres aber wir haben blaue türme ja was wir haben wir immer da bin ich momentan nicht so ganz safe die nummer ausprobieren also ich bin mir nicht ganz sicher ich meine ich achte da nicht drauf aber eigentlich was habe ich jetzt schon wieder getan alter ist ein bisschen ulti ne doch war dass sie sie hat es schmeckt gut das ist nicht so entspannt ich bin mir ziemlich sicher dass deren teil blau ist weil es super ungewöhnlich dass die in unserer hälfte sind die ganze zeit das ist normalerweise genau andersrum dass sie von kinder das im gegner jungle immer ist die roten waren bis jetzt immer in deren jungen die blauen bei uns drei männer muss ich haben musst du haben ich weiß deswegen habe ich auch voll lange gebraucht dass ich hier aber hat das game und in die dinger eben wenn ich auch kurz raus habe das spiel gewesen ich will sie ein bisschen gold hier alles bei mir geht counter jungle das die ganze zeit alter alles weg und kotzen und kotzen weiten wir die beiden oder machen wir es nicht es ist ach man wer ist was wir waren es ist nur wenn ich Die er noch ankam, ey Echo 5,4 Chatter 6,3 Auf jeden Fall Magic Resist Erstmal Rüstung kaufen Erstmal Rüstung kaufen Rüstung ist das Wichtigste Oh, Katharin, jetzt kommt die Place Katharin, Place Klasse Katharin, hallo Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden, was der Junge da macht Der ist Würf Ich merke schon wie der Würf ist Oh Gott Hallo Breitfien Oh Gott Oh Marlon, Ken wird wildig Klaaaaaa Alter, nein Der Ash-Evo hat mich halt instant gefickt Ja irgendwie Sieht das nicht so schön aus Also ich find's, es fehlt ein Hauch von Magie Magie? Magie ist so gut Silikum braucht Fuhren, das ist wieder schön Dann ist schön Dann ist schön Och doch doch Vertrau mir Oh Silikum ist anwesend Nicht Silikon, Basilikum Ja hab ich doch gesagt, Basilikum Ich hab halt Silikon verstanden Ja, Silikon Richtig Ich auch geil Ja, wär nicht schlecht Oh Blitzcrank gegen Kendrit Äh, Kassadin Ist am Start Kassadin Los Geil Rambi-Junge Oh, wie hört sich das? Na, fuck Oh, der Slow Oh, was macht Alan? Ah, die Wild Hey, hey Geil Ab da Malle Bede Wino Loll Das war stumpf Wow Wofu Eigentlich mal Oh Ach komm schon Oh lol Bäm 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 Alter man Der Champion ist so lächerlich Bins sind gefickt 5,6 times Ja Okay 5,6 ist eine gute Zahl, finde ich Oh Mann ey, ich will auch noch einen Wake haben Glauben Glaub ich wie viele Stacks die Kendrit schon hat 5,6 5,6 5,6? Genau Gute Zahl 5,6 Das ist meine Güxzahl Ja ja, 5,6 ist echt 5,6 ist echt Kann man nicht meckern Guck mal Gibt Schweigen Marlon Bei Kendrit läuft das aber da hast den blue gestiert der alter weg war ja weg aber ich komme auf der top lane ein einziges mal stehen er will nicht mehr da ist ein timo oh gott bloß mich da in den ich muss hier weg dachte es reicht für den jungen ich bin noch schaden alter sein blend pfeil hat mir 628 dmg gemacht wenn ich mal die items das können zwei sein spiegert echt wie der letzte konzert schmeckt geil gut nach halber halber hühnchensuppe vor allem hähnchen in der sommer halber suppe ok rezept hätte ich ganz gerne warte nur eigentlich auf jans einsatz jetzt gleich hier damit er so reinkommt so hallo hallo eigentlich sind die momente wo er auch immer strahlt quasi das stimmt eigentlich wo stehe ich da oben jetzt rein oder was hallo leute sorry dass ich grad ein bisschen rumstehe gehe gleich weiter tut ihm nicht leid tut ihm nicht leid so wo ist das Eck hier ist einer bei mir geht er weg wo bin ich hier eigentlich gerade sieht witzig aus was da passiert du bist auf jeden fall am start jetzt checken wir die schaden habe ich nicht wieder gemacht malen scheiß ulti ist so op einfach ich gern schon op ach kindy das kann nicht sein das überlebt ey lol der tmophils alter scheiße what played son muss mich irgendwo töten musst du muss mich töten los bärben mach mich der ecke hat mich gechased deswegen musste ich mich umbringen sonst hätte er einen kill bekommen und das wollen wir ja nicht dass er noch mehr kills bekommt jetzt nicht so entspannt kann sich denn noch auf ringer unity force habe ich jetzt öfter gesehen ja bei jedem schirm kann man das bauen ja auf jasu mittlerweile war mit jasu die titanic hydro schon ausprobiert nö habe ich auch schon gesehen und das war auch ziemlich stark zumindest hat er gut schaden gemacht ich suche nur nach den stärksten unsere kindle müsste sich lang sagen na der ist weg zu holen ich bin die kindle ich mag hier ja so die hätte ich anscheinend für ein opfer ja bin ich grad echt oh der hook ist grauens alter ja schon ich würde eh wieder der ulti haben oder ne aber wir haben Fall getroffen klar ich könnte kotzen lol oh mein das kann nicht sein grad hier ey heftig 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 digger heftig ohne spaß da kommt so pech gerade ey wie gott scheiße aber ich stehe trotzdem 11 18 hm was sollen machen weg nice komm jetzt musst du doch mal gehen oder nicht ich sterbe jetzt ich sterbe jetzt oh gott da hab ich failed er ist mal auf einer pl ja war gut ne war geplant auch hier irgendwer mal rüber ich nehm mal die cdr mit ich bin da oben schon wieder bei euch hab ich hab tausend leute hab ich schon gesehen oh easy hat ihr das gesehen oder ja ah fuck egal alter ich hab's nicht gehört gemacht ich hab's nicht gehört gemacht ich hab's nicht gehört gemacht ähm oh leu der höllen tp ja lauf minerals und bus rein oh oh ok es können husband stimmt ja ist ne können wird er ist ne können ganz vergessen haben wir vergessen ich spiel gerade einfach nicht so ne geil Ich bin richtig awesome im Spielgott. Ja, wir sind beide ziemlich awesome. Ah, der Kassadin, der carried on schon. Alter, der Damage, Mann. Lass er den auch mal wieder öfter spielen. Hab den ja letztens auch mal gezockt, aber... Wobei, da war er eigentlich auch worth. Kendrit willst du auch richtig... Alter, der Damage, Alter. Krasser Shit, ey. Oh, der hatte vier Aufladung. Er steht immer in meinen Jungle, Mann. Ist das der Timo? Wie viel Farben hat der Junge? 39, ne, der kann's nicht sein. Die Kind wird sein. Putz! Ins Gesicht geschlagen, ey. Comebacks. Comebacks are real. Es gibt Jäger und Jäger. Es gibt Jäger und Jäger. Oh, wow. Deswegen, ja. Das war nicht geplant so. Ich wollte... LOL. LOL, der Kritt aus der Hölle. Oh, Mann. Ich wollte nur den scheiß Minion haben. Den Stack, ey. Okay. Er war fremium gebatet auf jeden Fall von mir. Oh, der Pilze. Oh, Pilze. Oh, Pilze. Überall Pilze am Start, ist krass, ey. Oh, Katas am Start. Oh, jetzt, jetzt. Quadra-Kill. So bleibt der Quadra. Marlon. Bitte doch, ey. Oh, Echo. Komm. Lecker, lecker. Läuft hart. Alter, Timo Pils. Mami. Da hat'n der Junge. Ähm. So, Gott, gleich. Spillj gleich. Oh, ne. Oh. Das war neu. Guck dir rennen. Oh. Oh. Alter, ich wusste, dass ihr followt. Oh. Laser. Oh, ab. Oh, leil. Das ist wie mit Lee Sin, wenn du deinen Q triffst, Alter. Wenn du einmal deine Ulti anhast, wirst du jemanden anspringen. Oh, leil. Beide gemacht. Dieser kleine Wisser, ey. Ach, ja. Das ist Timo. Ne? Ihr lebt und lebt. Der geile Wichser. Diese Ratte. So eine Ratte, der Timo. Oh. Oh, lol. Der Blitzcrank. Der Blitzcrank. Einfach. Ah, ah. Ah, ah. Ich glaub, er wollte damit sagen, dass er gerade gekommen ist. Du auch. War auch ziemlich geil. Muss man nicht mehr... Kannst du dir vorstellen, wenn ich mir gerade zum Typen hockst und killst, dann bin ich dann einfach mal... Oh. Ja. Genau. Da haben wir eine ganze Hosen, dass er vor allemal. Ich lasse es einfach... Umtriefen ist. Boah, wir haben beide voll reingefedet, Alter. Mh. Laser 22 Tode zusammen. Boah. Alter, scheiße. Hallo. Ah. Wie geht's hier? Kendi. Nice. Oh, der. Lol. Lol. Oh, lol. Kommt mir auch nicht die Hore ran. Oh, nicht. Zed life, mad life. Hallo. Bist hier ganz sicher, ne? Hallo, wo hinten? Oh, ich bin wieder weg. Ey, Timo, Schaden. Der bürnt mich einfach so weg, ey. Guts, Junge. Alter, verpiss dich, Junge. Genau. Was ist da los? Was passiert hier? Leih. Einfach platz, Timo, ey. Manchmal muss man auch platzen. Machst du nicht. Na, ja, gut. Kann man nur öffnen. Kann man nur öffnen. Wir müssen tanken, hallo. Hallo, hallo. Na? So, mal auf die Tode gucken. Oh, yo, 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 yo. Wir beide haben aber richtig schön reingefiedert. Wir haben ganze Arbeit geleistet diesmal. Wir haben die Hälfte der Tode von unserem Team, ey. Ja, ballert. Wir sind die Feder. Von mir rum. Boah, ist der geplatzt. Nadine ist einfach übel. Keine Ahnung. Irgendwas haben die an dem gemacht, glaube ich. Bin mir gar nicht ganz sicher. Hm, ein bisschen. Irgendwas haben die an dem gebufft. Oh, ne. Oh, ne. Himmel. Hat schaden, oder? Ja, kann schaden machen. Ich kann es eh, da hau ich eh ab. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hei, tage, hei, tage, oh. Boop. Geil. Geil. Der kommt, ne, der. Der will die Kitz haben, Mann. Jetzt habe ich auch noch nicht abgeredet, ey. Das ist so ein Kackschemmel. Alter. Loool. Wenn man nichts machen kann, dagegen, ey. Scheiße. Und ihn halt nicht töten, ey. Was hat denn für Items? Der ist doch Support. Woher hat er das ganze Gold? Das ist ein T-Mobile. Ja, wow. Gute Aussage, auf jeden Fall. Ja, lass machen, ihr Leute. Was stehen wir jetzt da rum, hier? Ja, ich würde jetzt auch ein D-Bowen machen, ohne D-Jungler. Ja, komm, guck mal, geht doch. Ja, da kommt Kenwood gleich und... Nein, nein, oh, wir kommen. Weiter machen. Ja, und schöner Smile. Ne, doch nicht. Und der Hangage. Alter, der scheiß Ulti. Der scheiß Ulti, Bruder. Das Ding ist, du darfst nicht aus der Ulti rausgehen, so wie gerade. Ich bin einfach rausgelaufen. Nein, wenn du rausläufst, dann kann die dich ja umbringen. Das gilt auch für Gegner, oder was? Ja, klar, alle, die da drinstehen. Das gilt sogar für den Baron und was weiß ich alles. Loool. Solange du da drinstehst, bist du safe. Aber wenn du rausgehst, kann sie dich einfach töten. What the fuck, ey. Und das ist halt das Bescheuerte daran. Als rauchen die Marito eigentlich, ey. Das ist die Frage. Loool, nice gemacht von Kassadin. Komm schon. Komm an, nicht wieder ein Timo-Pilz. 29, 28, ja. Timo-Pilz, Half-Life. Läuft bei mir. Bin ich, glaube ich. Före mich. Fack geil, guck mal an, ey. War der so schnell? Na, Timo? Na ja, süß von dir. Richtig süß. Ich kann halt nichts machen, ey. Nicht mal gehen den Timo. Oh, jetzt kann ich Play-Sonde. Bündnis-Din. Oh, das hat weh. Oh, das hat weh. Ich bin der Snyk-E-Poscher. Ich bin der Snyk-E-Poscher. Gib mir meine Elo. Gib mir meine Elo. Oh, Leute, der Echo-Man. Gib sie mir. Gib sie mir. Gib mir die Elo. Du, Marlon. Oh, ich möchte sie. Okay, Marlon. Okay. Genau. So will ich das sehen. Kommt jetzt. Kommt ran. Die Paarungsflöte. Mach einfach weiter. Hey, hey, hey. Oh, nee, nicht der Timo. Oh, nice. Habe ich sicher. Nein, ne Schaden. Oh, leil. Natürlich geil. Ja, 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 leil. Nein. Easy. Aber wir haben das größere Auskurs machen können jetzt. Stimmt. Ja, die Ulti ist nicht so top. Wir haben drei gekillt für zwei. Hat doch nicht drauf gewesen. Ich muss Känzer bauen. Das heißt Götting Angel. Alter, 17, 14, 14, ey. Aber weißt du noch, Winnacken in 17, 17, 17? Das ist so groß. Das war 11, 11, 11. Das war so groß. 11, 11? Ja, ja. Also aus dem Nichts mitten im Welt, das wir eigentlich gewinnen mussten, die hatten das so gesthrowed. Und schreibt der 11, 11, 11 und lacht. Und schreibt halt, Oh my fucking God. I'm 11, 11, 11. This is so fucking awesome. Boah, ey. War geil. Ah, der Kassadin aus der Hölle da unten. Ich will mir immer noch mal überlegen, ob ich überhaupt, wenn wir Loan machen, ob ich die kompletten Parts hochlade oder ob ich das schneide, weißt du? Nein, ist da eine Heidenarbeit, oder? Mann. bei Loan finde ich das jetzt gar nicht so hart. Ich komme dann auch nur auf die Länge des Spiels drauf an. In der Spiels. Du bist quasi alle guten Szenen so, oder? Ja, genau. Alle guten Szenen raus schneiden. Ja, ja, in das, was dir am besten liegt. Ich probiere das mal aus. Bei dem Part hier. Probier das mal aus. Beim Schneiden. Mal gucken, wie lange das dauert. Bei einem 40 Minuten Game. Wenn das echt so ein krasser Aufwand ist, dann lasse ich das erstmal noch. Ach, gib mir die LP wieder. Ich will ja schon wieder die LP haben. Ja, und das ist Spaß, ey. Ich spiele sie einfach, wenn wir haben. Oh, no. Lecker. Das war kein Minenfeld, sondern ein Aidsfeld. Na, kennen wirt. BOMM, Junge. Geil. Oh, bist du reisert worden. Na. Easy. Easy. Easy Game, Leute. Total easy. Beide haben reingefilgt. Ja, wir beide haben wieder mal gecarried. Ganz einfach, ne. Hat man direkt gesehen. Und ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein.